So, liebe Freunde der Blasmusik, hier gibt's dann wieder ein neues Video von mir. Zwar nur ein Gameplay, was ich quasi schon aufgenommen habe, was ich jetzt nur mit dem Video über diesen Theater-Modus wiedergebe. Aber eigentlich geht's mir auch darum, anzukündigen, was so als nächstes kommt. Also erstmal habe ich heute keine Lust mehr. Ich habe heute schon wieder meine Festplatte neu machen müssen, also jetzt dreimal letztes Wochenende, weil vermutlich irgendwelche Sachen nicht ganz korrekt waren. Ich hoffe, ich spektierte jetzt hier mich, wenn man das irgendwie ausfinden könnte. Ah, jetzt spektierte ich mich. Ja, also ich habe da ein paar Probleme gehabt, wohl mit irgendeiner Partitionsbelegungstabelle, die falsch geschrieben war. Und da war es nicht so dolle. Ja, deswegen auch keine Videos dieses Wochenende. Meine aufgenommenes Material ist alles weg. Ich werde auch mein Intro neu machen, das werden wir wahrscheinlich schon gesehen haben, hoffentlich. Hier am Anfang, ach Gott, bin ich hier am Anfang schlecht. Ja, wir spielen eine Team-Defender. Und ich muss gerade aus meinem Modus reinkommen, wie ich das so sehe. Es ist auch schon eine Weile her, wo ich das gespielt habe. Ich habe ewig kein MW3 mehr gespielt. Deswegen nicht wundern, dass ich jetzt nicht genau weiß, was hier in dem Spielmodus passiert. Sonst scheint es auch noch geleckt. Und ich sterbe ja nur am Anfang. Drei Tode hintereinander am Anfang. Top. Naja, ähm... Ja, also alles weg. Alles neu machen. Alles neu macht der Mai, sozusagen. Ich freue mich eigentlich schon drauf, weil dann kann ich mich noch ein bisschen austoben. Oh, mein erster Kill. Kann ich mich noch ein bisschen austoben, was mein Intro angeht. Vielleicht finde ich noch eine bessere Variante, als ich es bis jetzt hatte. Vielleicht noch mit einer 3D-Schrift oder sowas. Mal sehen. Auf jeden Fall... Zocke ich hier. Oder habe hier eine Runde gezockt. Und ja, ich habe ihn wirklich so bewegt. Ne, habe ich nicht. Da sind irgendwelche Lacks drin. Dieses komische Gezittre habe ich nicht gemacht. Ziemlich sicher. Ähm... Ja, und... Daneben schießen. Das ist so geil, BZ-D. Ich schieße ein Kilometer neben. Und das trifft trotzdem. Insgesamt, ähm... Ja, habe ich es wohl ziemlich verkackt mit meiner Festplatte. Das war mitten im Betrieb, ging einfach nur plötzlich gar nichts. War total super. Ich habe mir auch gedacht, na danke. Wurde einfach wirklich extrem langsam. Und nach meinem Neustarten ging nichts mehr. Was so immer, der da gerade gemacht hat. Das war einfach nur vollkommen für den Arsch. Und fragt mich nicht, warum das hier so derbe leckt. Irgendwie macht... Es sieht aus, hätte ich irgendeinen Bot an oder so. Aber hatte ich nicht. Ich spiele einfach nur ganz normal. Habt ihr am Anfang gesehen? Ich war ziemlich schlecht. Deswegen... Keine Ahnung. Irgendwie... Ja, ich mag COD eh nicht so richtig. Also normalerweise werde ich ja Battlefield spielen. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich immer noch eine COD spielen. Irgendwie ein bisschen auslassen mit meinem Scheißrechner, der einfach nicht mehr geht. Vor allem, dass mir alles weg ist. Ja, und dann werde ich heute schlafen gehen. Ich hoffe, ich... Immer sehen, ob ich das Video heute noch gerendet kriege. Aber ich vermute mal eher nicht. Boah, schrecklich. Ritt, ritt, ritt. Und wohin ich schieße, ey? Meine Fresse. Ja. Das... Sonst halt COD-typisches Gameplay. Die Grafik ist nicht so prickelnd. Obwohl sie auf Maximum steht. Die Map... Naja, die ist okay. Es gibt deutlich bessere Maps. Es gibt aber auch deutlich schlechtere Maps. Und da kann man Care Package schlauen. Wenn wir... Im Leben bleiben würden. Aber eigentlich geht es halt darum, diesen Carrier zu killen. Wie, bam. Auf dem Auto. Da hat er mich nicht gesehen, wie ich rausgesprungen bin. Also da hast du ein extrem kleines Sichtfeld. Deswegen hat er mich wahrscheinlich hier schön ignorieren können. Wo ich da runtergesprungen bin. Bei Battlefield heißt es die Leute gesehen. Wenn da jemand neben dir so runter springt. Ich glaube, ich nehme sogar gleich das IMS. Oh, da oben ist einer. Au, 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 au. Aber man sieht schon noch ungefähr, was ich mache. Nur wie ich ja ehmiss bin irgendwie nicht aus irgendeinem sinnlosen Grund. Bumm. Ich habe sogar meinem IMS-Kill geklaut. Achso, ich bin ganz spät auf Englisch, weil ich es auf Deutsch einfach nur Gnadenlos schlecht übersetzt finde. Das ist so schrecklich da. Du kannst das echt in die Tonne treten. Mit sämtlicher Wucht, die der Mann hat. Das ist echt zu eklig. Ich glaube, wir haben uns hier sogar gewonnen dann. Wie gesagt, 5 Kilometer daneben. Ich habe sogar einen A6 hier bekommen. Und eine Promotion. Schön. Da ist sogar der A6, was erwischt. A6, das ist ja ein Zungenbrecher hier. Ja, wir campen uns ein bisschen um die Flagge drumherum. Warten wir halt, dass die Gegner kommen und killen da einen nach dem anderen. Ich hatte hier von mir die MP7 aufgenommen. Das ist so eine NAB-Waffe, aber was soll ich machen? Ich hatte noch keinen Schuss mehr in meiner G36. Deswegen habe ich hier mal diese NAB-Waffe genommen. Und da ist jemand hinten vorbeigelaufen und hat von hinten die Waffe den Scheiß genommen. Ich habe ungefähr noch zwei Magazine für die Waffe. Ich bräuchte eigentlich sogar eine neue. Aber ich glaube, dann geht das Spiel nicht mehr, wenn ich das so unten sehe. Und dann wäre ich, dass sie hoffentlich bald, ziemlich bald fertig geredet haben. Weil jetzt habe ich auch, sie hat eine Fluff-Saison rausgekommen. Und die muss ja nicht mehr nach 4 GB splitten, da muss ich die nicht zusammensortieren. Und daher alles super. Aber da kommen wir gleich zu viel auf einmal. Total schrecklich. Ja, eine Lotte-Anzige unten kriege ich noch einen. Und dann geht es wohl los. Ich wusste nicht, dass hier sogar eine Rekord-Funktion drin ist. Fällt mir dazu auf. Au, 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 au. Das war die letzte. Oh, ich habe keinen letzten Kill gemacht. Stimmt. Weil ich mich selbst geflasht habe. Wie gesagt, wo man hinzielt, der blutet jetzt aus der Luft. Ja, 22.8 war eine coole Runde. Bis bald und viel Spaß noch auf meinem Kanal. Gib ein Like, wenn ihr es schön fandet.